WTUSS.de 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 Der Drachenflieger hängt an den Sicherheitsgurten seines Drachens in großer Höhe und befindet sich in Lebensgefahr. Versorgen Sie alle Opfer, löschen Sie die Brände und retten Sie den Drachenflieger. WTUSS.de Erwarte Befehl, löschen Sie die Brände. Erwarte Befehl, löschen Sie die Brände. Erwarte Befehl. Und fangt bitte schon mal an. Wir sollten brandgefährdete Objekte unbedingt kühlen, damit sie gar nicht erst anfangen zu brennen. Dafür können wir Feuerwehr, dafür können wir Feuerwehr, dafür können wir Feuerwehrmänner mit Schläuchen oder das Drehleiterfahrzeug einsetzen. Ein Notarzt sollte so schnell wie möglich die Verletzten am Einsatzort untersuchen und behandeln. Wird erledigt. Ansonsten werden sie immer schwächer. Zu Befehl. Was geht's? Erwarte Befehle. Bin bereit. Wir müssen den verletzten Drachenflieger vom Kirchturm herunterholen. Er könnte sonst abstürzen. Okay. Eine Güte. Wir sollten brandgefährdete Objekte unbedingt kühlen, damit sie gar nicht erst anfangen zu brennen. Dafür können wir Feuerwehrmänner mit Schläuchen oder das Drehleiterfahrzeug einsetzen. Was geht's? Zu Befehl. Mhm. Wir können Feuerwehrmänner mit Motorsägen ausrüsten, um brandgefährdete Bäume zu fällen und eine Schneise zu schlagen, die das Feuer nicht überwinden kann. Aber Achtung! Brennende Bäume können nicht gefällt werden. Ja? Okay. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Oh, dann schicken wir die anderen mal jetzt da hoch. Hörre. Jawohl. Hörre. Wird gemacht. Bin bereit. Zu Befehl. Hörre. Verstanden. Bin bereit. Ist in Arbeit. So. Bin bereit. Den haben wir jetzt auch gewogen. Alles klar. Wir können Feuerwehrmänner mit Motorsägen ausrüsten, um brandgefährdete Bäume zu fällen und eine Schneise zu schlagen. Kein Problem. Das Feuer nicht überwinden. Ist in Arbeit. Aber Achtung! Brennende Bäume können nicht gefällt werden. Warum bist du denn noch bei? Du kannst doch schon mal hier anfangen, oder? Es befinden sich einige Zivilpersonen sehr nah am Einsatzort. Wir sollten einen Streifenwagen anfordern, unsere Polizisten mit Megafonen ausrüsten und die Leute in Sicherheit bringen. Zu Befehl. Gute Idee. Achtung! Einige Personen am Einsatzort befinden sich immer noch gefährlich nah an den Bränden. Wir sollten unsere Polizisten sofort mit Megafonen ausrüsten und die Leute in Sicherheit bringen. Jaha. Ich... Polizeistreife ist ja schon unterwegs. Befehl. So, Brände sind gelöscht. Ja, da ist die Maus. So. Und ihr Clowns, steigt bitte allein. Denken wir das Bass an. Okay. Und jetzt braucht ihr auch nicht mehr hier aufschlagen. Jetzt könnt ihr auch schon direkt wieder nach Hause. Der Rettungstransportwagen bringt das Ophel zur Krankenstadt und in der Basis. Was geht's? So, du kannst nach Hause. Höre. Du gehst jetzt wieder da hin. Was geht's? Ja. Erwarte Befehle. Ich meine, hier kann ja noch eine Menge passieren, ne? Da fehlt einer. Warum löscht du das Haus? Zu Befehl. So. Ich brauche dringend, wirklich dringend, noch eine RTW. Verstanden. Höre. Und warum du jetzt nix machst, das ist mir auch schleierhaft. Kein Problem. Bin bereit. Wird gemacht. Du kannst abtransportiert werden. Ja, der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation und der Basis. Erwarte Befehle. In Ordnung. Du kannst jetzt wieder nach Hause. Erwarte Befehle. Ja, du bist auch wieder voll. Ja. Du kannst dann auch schon wieder nach Hause. Oh, wir sind so gut. Wir sind so gut. Wir sind so gut. Das sieht alles gut aus. Das sieht alles so gut aus. Also, ich könnte mich fast selber knutschen für die Nummer. Dabei sind erst sechs Minuten vergangen. Wow. Bin bereit. Bin dabei. So, ähm, ja. Wir brauchen noch ein... Ach, da ist ja noch einer. Da ist ja noch eine Trage. Cool. Wir sind fertig mit der Mission. Oh, wie geil. So, äh, Kinders. Wird erledigt. Ja. Bringt ihr den jetzt auch bitte... ...zurück. Höre. Was geht's? Ist in Arbeit. So, bitte in den. Der in Notarzt kann auch einsteigen. Bin dabei. Und offengestanden. Wir sind fertig. Wir sind nach acht Minuten. Nach wahnsinnigen acht Minuten sind wir fertig. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation. Ey, wie geil ist das denn, bitte? Erwarte Befehle. Zu Befehl. Wie geil ist das denn, bitte? Wir sind nach acht Minuten fertig. Wie geil. Wie geil ist das denn, geil? Wir sind einfach gottheitlich geil. Ja. Und der Strobo-Wolf spielt Outlast. Willkommen und viel Spaß damit. Ich denke mal... Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation. Können wir alle nach Hause schicken. Fertig. Fertig. Ich finde das gut. Und wir haben die Polizei noch nicht mal ansatzweise gebraucht. Fertig. Genau. Rückwärtsfahren ist das neue Vorwärtsfahren. Offenbar Dann geht's da runter in die Tiefgarage Gucken wir uns natürlich an Natürlich Sie haben alle Aufgaben makellos gemeistert 129.000 Goldmedaille Kauf neue Einsatzkräfte erhalten Ja, ich sehe Ich sehe Ich sehe Ich kann mir Eine Person ist beim Ernten im Garten von einem Baum gefallen Versorgen Sie die verletzte Person Und transportieren Sie sie ab Sofort Verstanden Beim Ernten vom Baum gefallen Ja, wer weiß, was er denn noch auf dem Baum alles getrieben hat Ah, okay Ja, okay Er hat gelinzt Er hat gelinzt Sag das doch gleich Und nicht einfach sagen Ja, äh Ich bin vom Baum gefallen Das glaubte nämlich doch gar keiner Hm? Das glaubte keiner Erk 197 Ich bin mit dem Weitesten Aber ich Ele necess programme God Ich bin mit dem